Sie haben eines der größten Rätsel des Abendlandes gelöst. Warum musste mein Vater sterben, auf das es diese Leute abgesehen haben? Der heilige Stuhl verlässt sich auf Sie, lieber Kosika. Ich werde das in Hütte gefangen lassen. Verlängerter Abend des Vatikans, darauf würde ich meinen Hübschen hinterher retten. In nominiert du nicht mehr. Ihr Vater hatte großes Vertrauen zu Ihnen. Ich glaube Ihnen nicht, Frau Schlesinger. Loslassen Sie! Wir kätern rüber! Irgendwo da draußen ist die achte Golgatha, die die Wahrheit beweist. Seine Assistentin hat gestern erwähnt, und dabei kann es sich nur um das des Jakobus von Nazareth handeln. Sohn des Josef, Bruder des Jakobus. Das ist nicht wahr, oder? Bei dieser Version sollte es unserer Meinung nach auch bleiben. Und mit dieser ketzerischen Ansicht haben wir irgendwelche fundamentalistischen Spinner? Wir müssen diese Akte Golgatha finden. Sie verstehen nicht, hier geht es um mehr als so um Menschenleben. Hier geht es um den Sinn des Christentums. Und er kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich versuchen würde, seinen Tod aufzuklären. Und er kann mich gut genug, um zu wissen, dass ich versuchen würde, seinen Tod aufzuklären. Und er kann sich走 nachdem sie mir ner. Um sweet denn dass er mich auf dieierte Lei, geben sie sich direkt vor der gute Marketing und schứ eurosana strangers Amorgon.